da sind wir wieder und heute stelle ich euch einen ballachin vor aus der etwa dauerbrennerei seid gespannt wir starten wie immer jetzt geht's ab so cool dass ihr dabei seid alle wieder hier und ja heute gibt es mal ein whisky den habe ich euch noch nicht vorher vorgestellt bzw die brennerei nicht aber die serie das ist jetzt praktisch ein ballachin aus der edition nummer zwei ich habe euch auch schon mal die small edition nummer eins vorgestellt von einem glennlis die serie weiter ganz interessant dass er jetzt diesmal eine andere abfüllung genommen haben secretary vintage ist der abfüller der unabhängige und bringt diese schwarzen dosen mit dem orangischen etikett raus sieht eigentlich sonst optisch fast genau gleich aus wenn ihr das video noch nicht gesehen habt zum glennlis könnt ihr euch gerne mal hier oben das reinziehen oder nachhinein wie ihr wollt ja der hätte mir damals schon gefallen und ich fand es ganz interessant dass wir das jetzt wieder weitergeführt haben mit dem ballachin einer rauchigen variante praktisch das etwa dauer so jesus schätzchen ja sag ich mal ein bisschen ist schon optisch ich war erst mal ein bisschen meckert mittlerweile würde ich sagen habe mich dann gewöhnt ja wie doch ganz cool weil dieses orange fällt ja doch schon ein bisschen ins auge von der dose her naja ok es ist immer noch nicht schöner geworden aber es ist okay was ich halt auch ganz geil finde an der serie es sind die schöne beschreibung hat eben auch noch mal das ganze wird auch hier wirklich angegeben was ist genau drin welches fass besteht beziehungsweise aus vier verschiedenen fassen mal da haben wir einmal ein second fill sherry butt nummer 167 dann noch eins mit 168 und dann noch zwei first fill bourbon barrels mit der 158 und 159 ja und destilliert die ersten beiden sherry buds am 11 vierten und die bourbon barrels am vierten vierten jeweils immer 2007 das ganze kommt also gebottelt am 22 10 2018 also letztes jahr kam es auch schon auf den markt dann kam es 2019 so ja das ganze wie immer nicht gefärbt mich kühl gefiltert von signatory vintage ich könnte erstmal einchecken ne ich habe ja noch nicht probiert auch wenn hier schon was raus ist ich muss mir was abgeben bin da wirklich gespannt bis jetzt habe ich vor dem apple dower eigentlich nur leckere sachen getrunken könnte mich eigentlich an nichts schlechtes erinnern oder wo ich sage vom schlechten preis gleisungsverhältnis wüsste ich jetzt so das überhaupt gar nicht ja so führen das hier schön weiter das ist natürlich auch nicht so schwer für die weil praktisch signatory irgendwann die brennerei ja durch die hausmarke von signatory vintage vom abhänger abfüller ist halt etwa dauers haben sie gekauft ja dann das ist auch mal draußen kann natürlich auch so schöne sachen rausbringen kommt jetzt was habe ich mir bezahlt 60 euro glaube ich ja also sagen wir eigentlich jetzt januar 2019 und kann man nicht mehr kann 48,1 genauso wie die erste ausführung und unterschiedlich bei der ersten waren es eigentlich bei der wagen nach nur first film also ein sehr kräftiger maul auf jeden fall dafür habe ich das diesmal nicht sondern ein refill dafür für first film bourbon barrel und ich habe rauch so wie sagt mein erster malachim klingt so ein bisschen wie ich rotz mir gerade ins taschentuch ja gut schauen wir mal freue mich drauf von der farbe ja als habe ich gerade nichts hier aber sieht schon es ist schon eine schöne farbe auf jeden fall kommt es auch nicht an die first film geschichte vom small batch nummer 1 ran aber es geht schon ins gold oder schon leicht leicht und gleich reuchtung ja gut kann man so stehen lassen okay so leicht rauch ich ist ja gleich auf jeden fall nee doch kommt der rauch schon ein bisschen stärker und als erstes habe ich erstmal so klare vanille ja also die riecht auch sehr stark nach einem würden fast erstmal zum ersten schnippern jetzt das ist erstmal so komplett hat eben dieses first film glaube ich was vielleicht ein bisschen dominiert auch aber auch eine leichte fruchtigkeit kommt gleich mit durch es war ja also maryl ist jetzt ziemlich klein und ein butt ist halt ziemlich groß und wie sagt der scherrienteil ist da im prinzip auch überwiegend herr peter schreiben sie drauf also hier kann ich geguckt wie vieles von der ppm zahl ist aber soll es gar nicht mal so wenig sein beim umfüllen wo ich brauche das schon abgefüllt hat doch ganz schön bums habe jetzt noch gar nicht so stark also schon schön eingebunden rauch das liegt ja nicht so drüber er ist wirklich schön mit mit drin jetzt kommt jetzt kommt eine schöne süße zu tief sollte man auch die nase nicht rein halten ist schon so ein bisschen es hat so ein bisschen was maritimes muss ich dazu sagen kann ich sagen ist etwa dauerlich aber es ist also würde jemand sagen im blind tasting würde ich jetzt auf dem island tippen ganz klar ja ein schöner brauche ja es ist so ein der ist so mit dieser mit dieser süße ein bisschen mit drin halt eben mit der vanille da kommt es gar noch gar nicht so viel also früchte kann ich nur ein bisschen erahnen auch nicht sehr lecker ja also sehr sehr süß erinnert mich so ein bisschen an lafroic px chaos kreis ich bin ich glaube ich sogar gut der gleich ich probiere heftig süß, kräftig, kommt schön, die Süße und der Rauch total in Einklang sag ich mal, geht schön mit, die Vanille, drohe nicht, das ist komplett da, tut mich aber ein bisschen nussig hinterm Abgang, tut mich aber auch jetzt wirklich schwer, das wirklich viel rauszuschmecken, er ist schon sehr einfach, muss ich sagen, wer ist er denn überhaupt, ja müsste ja, oder sieben Jahre, ne, äh quatsch, elf Jahre sagen, elf Jahre, ja, ähm, wir hatten guten Antritt durch die 48,1%, lecker, ja, kann man jetzt blöd vergleichen, ne, aber, ähm, wenn ich mir jetzt mal den, etwa Dauer nehme, ähm, aus der Unchill Virtual Collection, kommt mit 46%, in einem reinen Sherry Cars, das ist ja lieber in der Reihe, kriege ich unter 50, hm, und der kostet 60, naja, also für Rauch-Fans, ja, er hat echt was, muss ich wirklich sagen, aber ihm fehlt noch so ein bisschen die Tiefe, so ein bisschen die, die, ähm, ja, die Komplexität, soll ich einfach jetzt behaupten, ne, gut, er ist, er ist nur sieben Jahre, aber, was er kann, er ist ein schöner Mord, preisig würde ich sagen, ist jetzt nicht so, wo ich sage, mhm, dem sollte man sich zulegen für den Preis, zum ersten Testen, ich denke mal, ich würde da auch noch öfter mal von trinken, ähm, ist einfach, ja, muss man ruhig sagen, aber wenn man noch süße und auf Rauch steht, da hat man schon ganz gute Argumente hier, sage ich mal, also das passt halt schon doch ganz gut, und das ist schön eingebunden, ne, da kann ich jetzt eigentlich wirklich nur sagen, ähm, ja, wenn man das haben möchte, wie gesagt, mit 28%, nicht gefärbt, ne, ist okay, hau mir auch nicht vom Rocker, was muss ich auch noch sagen, ja, 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 es ist ein guter Mord, okay, lassen wir das so stehen, bevor ich hier weiter rumstutter, ähm, ja, ja, schaut sich mal an, mal fragt, wenn ihr ein Sample haben wollt, gebe ich gerne was ab, schaut euch auch gerne noch mal, vielleicht mal ein Video, zum, Glenn Livid an, das will ich euch hier mal ein, wenn ihr da Bock habt, könnt ihr natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren, würde mich mal freuen, ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr da schon dabei seid, und haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.